Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Maximilian Herz und wir befinden uns heute auf den Fiber Days von X-Tech. Und heute zeigen wir Ihnen die neuesten Lasertechnologien sowie die industrielle Vollautomation. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal rein. Die Investition in unser neues Powernesting amortisiert sich innerhalb kürzester Zeit. Das Highlight der diesjährigen Fiber Days ist unser B- und Endladesystem der Firma Hacitec, mit dem wir unsere Maschine vollständig automatisieren. Unser neues PN-Lite ist eine vereinfachte Werkstattprogrammierung, mit der Sie einfache Bauteile direkt an Ihre Maschine erzeugen können, verschachteln können und an Ihre Maschine direkt übertragen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017